Wer hätte gedacht, dass so ein Fahrrad rein ist, dass es so einen Spaß macht, ey. Das ist Folge 3 von Ich fahr mit meiner Familie auf dem Fahrrad durch Ungarn, weil irgendein Idiot unseren Camper geklaut hat. Schaut mal an, so eine Kacke hier. Franz, ich ziehe alle Register. Irgendwann muss man es machen. Irgendwann nützt alles nicht. Dann muss man halt durchziehen. Oder Theo? Zwölf Sekunden später. Theo, kannst du bitte jetzt auch so ein bisschen schlafen? Aber stellt euch vor, es fängt jetzt noch an mit Regnen. Das wäre viel schlimmer. Eine Ewigkeit später. So, jetzt geht's los, oder? Mucke! Ein Party! Es geht ab, ab, ab! Nobody is perfect! Ab, ab, ab! Oh, du freist mich verzweifelt schon wieder. aday vamos oberen. Oh, das ist los. Ja!